Hallo zusammen, wieder Klimmzug Challenge. Heute gibt es vier Wiederholungen und wir beginnen. Es gibt einfach einen Satz, vier Wiederholungen. Lassen wir es rocken, runter auf die Stange. Dann gibt es wieder schönes Wetter. Also machen wir die vier Stück in den Untergriff und go! So, das waren die vier Wiederholungen. Morgen gibt es nach meiner Meinung etwa sechs. Ich weiss es aber nicht auswendig, aber bis morgen wieder auf diesem Kanal. Tschüss zusammen!